In der heutigen XXL-News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Wird die ehemalige Rennstrecke in Adelaide abgerissen? FIA-Plant-System zum Entfernen von Rundenzeiten unter doppelt geschwenkten Flaggen? Darum bekam Paris keine Strafe gegen Hamilton? Kehrt Honda in Zukunft doch nochmal in die Formel 1 zurück? Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Es könnte in Zukunft passieren, dass ein Teil des Adelaide Street Circuits, wo die Formel 1 von 1985 bis 1995 fuhr, abgerissen wird. Stadtrat Greg Mackey will die Parkanlage umbauen lassen und hat bereits einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht. Sie wollen eine neue Landschaftsgestaltung erwirken mit natürlichem Schatten der Parkbenutzer. Das letzte Rennen datiert aus dem letzten Herbst, wo die Supercars Tourenwagen fuhren. Der Abschnitt ist 1,2 Kilometer lang und liegt rund um die Zielgerade. Diese verbindet den Kurs mit den öffentlichen Straßen. Aber der Stadtrat hat einen Gegner namens Peter Malinauskas, der sich für Rennveranstaltungen ausspricht und seinen Wählern ein Motorsport-Comeback verspricht, wenn er nächstes Jahr mit seiner Labour-Partei in eine verantwortungsvolle Position gewählt wird. Eines der größten Events ist das Adelaide 500 der Supercars, welches man erhalten möchte. Sogar ein Vorvertrag wurde mit der Rennserie unterzeichnet. Doch es gibt ein Problem. Im Frühjahr diesen Jahres wurde eine Menge an Streckenmaterial nach Taillam-Bend verkauft. Das ist eine etwa 100 Kilometer entfernte Motorsportanlage im Osten der Großstadt. Sie verwenden jetzt unter anderem Zäune und Betonblöcke aus Adelaide für den Rennbetrieb. Die finale Entscheidung wird zu einem unbekannten Zeitpunkt fallen. Adelaide hat viele unvergessene Formel-1-Momente, darunter das Duell zwischen Michael Schumacher und Damon Hill 1994, wo beide ausschieden und der Deutsche zum ersten Mal Weltmeister wurde oder auch drei Jahre früher beim bis dato kürzesten Rennen aller Zeiten, wo die Fahrer bei strömenden Regen nur 14 Runden fahren konnten, was etwa 53 Kilometer waren. Aber auch ein schwerer Unfall ist nicht wegzudenken, nämlich der von Mika Häkkinen am 10. November 1995, wo er im Qualifying schwer crashte, als sein linker Hinterreifen bei etwa 200 kmh platzte und er per Luftröhrenschnitt gerettet wurde. Nach dem Grand Prix zog die Formel 1 nach Melbourne. Die Formel 1 plant ein automatisches System, damit Rundenzeiten, die in einem Abschnitt unter doppelt gelb geschwenkten Flaggen gefahren werden, gelöscht werden. Das hat folgenden Grund. Fernando Alonso ist am vergangenen Wochenende in der Türkei nach dem Qualifying zu den Kommissar zitiert worden, weil er angeblich in so einem Fall eine Rundenzeit gefahren ist, die in etwa mit der Konkurrenz zu vergleichen ist, was unter doppelt gelb nicht erlaubt ist. Alonso konnte aber begründen, dass er unschuldig war und seine Runde danach über drei Sekunden schneller war. Viele Konkurrenten erklärten, dass seine Zeit gerade deshalb so wichtig war, weil zu diesem Zeitpunkt weiterer Regen drohte. Damit hätte seine Zeit unter Doppelgelb rein theoretisch ausreichen können, um in den nächsten Qualifikationsabschnitt zu kommen. Die Stewards wollen in Zukunft für solche Vorfälle keine Diskussion mehr. Das System wird nächste Woche beim Grand Prix in Austin getestet. Dieses System ist ungefähr zu vergleichen mit dem elektronischen Track Limits Überwachungssystem. Beim Türkei Grand Prix gab es viele Gespräche mit den Teams zu dieser Thematik. Gelbe Flaggen bedeuten, dass die Geschwindigkeit zu reduzieren ist, während doppelt gelb geschwenkte Flaggen für eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung sorgen soll, plus die Bereitschaft, das Auto anzuhalten. Das System soll den Fahrer zumindest im Training und Qualifying warnen, keine schnelle Runde mehr zu fahren. Was haltet ihr von dem Vorschlag der Vier? Eine clevere Idee? Oder habt ihr sogar eine Alternative? Schreibt es in die Kommentare. Es war die Szene des Türkei Grand Prix. Runde 34. Lewis Hamilton kommt auf der Gegengraden näher an Sergio Perez heran, ist in der vorletzten Kurve side by side und drückt den Mexikaner fast off-track, sodass er die Linie der Boxen-Einfahrt überfuhr. Viele stellten sich die Frage, war das legal oder bekommt Perez eine Strafe? Die Stuarts sprachen keine Strafe aus, sie schauten sich den Vorfall nicht einmal an, außer Rennleiter Michael Macy. Im Regelwerk steht geschrieben, dass man links vom Poller bleiben muss, wenn man in die Boxengasse fahren will. Der Red Bull-Pilot hatte sich auch am Funk beschwert, dass er vom Briten off-track gedrückt wurde, aber Michael Macy erklärte, dass nicht alle Funksprüche von den Stuarts angehört werden. Interessant ist auch, dass weder Red Bull noch Mercedes eine Beschwerde Richtung Weltverband geschickt haben. Wie steht ihr zu der Entscheidung? War da alles korrekt? Schreibt es in die Kommentare. Honda wird sich wieder einmal aus der Formel 1 verabschieden, das ist ja mittlerweile jedem bewusst. Sie werden Red Bull 2022 als Übergang helfen, bevor Red Bull Powertrains ab 2023 die Kontrolle hat. Wichtig war für den japanischen Motorenhersteller die CO2-Neutralität. Wenn die Formel 1 das geschafft hat, glaubt der Geschäftsführer Masashi Yamamoto an eine erneute Rückkehr in die Formel 1, denn er sagte gegenüber Reportern vor dem Türkei-Grundbrief folgendes. Ich persönlich denke, ja, wir werden wiederkommen. Honda muss sich jetzt auf die CO2-Neutralität konzentrieren und wir müssen das Projekt beschleunigen. Aber wenn es einmal gut läuft, denke ich, dass es Leute geben wird, die Formel 1 innerhalb des Unternehmens machen wollen. Red Bull und Honda wollen den Fahrradtitel bzw. die Konstrukteursmeisterschaft. Der Geschäftsführer glaubt jedoch nicht, dass das endgültige Ergebnis dieser Suche Hondas Sicht auf ihre Zukunft in der Formel 1 beeinflussen wird. Glaubt ihr, dass die Japaner ein weiteres Mal zurückkommen werden? Aber noch wichtiger, welches Team wird eurer Meinung nach mit Motoren beliefert werden? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Sascha Loll, der F1-McLaren-Fan und er schreibt, Bei Gasly fand ich es lächerlich, denn er konnte nichts machen, weil er im Sandwich war. Bei Alonso war es richtig, meiner Meinung nach. Ich gehe mal davon aus, dass der Großteil das als Rennunfall angesehen haben, aber die Stewards haben dazu folgende Meinung. Alonso war am Ausgang der Kurve leicht vor Gasly, als sich beide Autos berührten. Die Kommissare sehen Gasly vornehmlich in der Schuld für die Kollision, da er nicht genügend Platz gelassen hat. Die Kommissare sehen den Fall nicht als unvermeidbaren Kontakt in der ersten Kurve der ersten Runde an, weil Gasly nicht zwischen zwei Autos eingeklemmt war, als er Alonso's Auto berührte. Michael Macy sagt dazu noch als Vergleich zwischen Verstappen und Hamilton in Imola, Wenn zwei Schuld haben, dann wird es in Runde 1 wahrscheinlich zu keiner Strafe führen, oder wenn mehr als zwei Autos involviert sind. Aber wenn bei zwei Autos klar ist, dass einer Schuld war, dann gibt es eine Strafe. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, ob die Heizdecken ab 2024 verboten werden könnten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal!